Ich habe ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Yay! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wir haben die 1760 Abonnenten geschafft. Es fehlen nur noch 240 bis 2000 Abonnenten. Also komm, 2000 Abonnenten schaffen wir dieses Jahr noch. Das wäre ziemlich cool. Aber ich habe ein paar kleine Ankündigungen und ein kleines Gewinnspiel, was ich noch mit euch machen möchte. Und dazu kommen wir jetzt. Heute, den 11.07.2020, habe ich vor ein bisschen Smash zu spielen mit Malkuls, der beim Turnier Zweiter wurde. Wenn ihr euch entsinnt. Und das Ganze würde ich heute um 20 Uhr bei ihm auf seinem Twitch-Kanal streamen. Könnt ihr ein bisschen zugucken. Vielleicht könnt ihr auch mal kurz mit reinspielen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr da mal kurz reingucken. Wird sicherlich sehr interessant. Malkuls ist auf jeden Fall ein alter Kumpel von mir, der schon bei vielen Streams von mir mit dabei war. Auf YouTube. Und auch schon ein sehr langer Abonnent ist. Bestimmt schon fast 10 Jahre oder so. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also lasst es mal 9 oder 10 Jahre auf jeden Fall sein. Und also da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ein bisschen uns beim Smashen zuguckt. Oder vielleicht sogar mal mitmacht. Wäre cool. Heute um 20 Uhr. Bei Malkuls auf Twitch. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr bereits auf Folgen drücken. Und damit ihr das Ganze nicht verpasst. Gut, heute um 20 Uhr. Wie gesagt. Morgen werde ich mit meinem Community-Projekt weitermachen. Um 15 Uhr. Denke ich mal circa. Kann auch sein, dass es sich ein bisschen verschiebt. nach hinten oder nach vorne. Wenn ich 5 Minuten eher anfange. Oder keine Ahnung. Mal eine halbe Stunde Verspätung habe. Dann bringt mich bitte nicht um. Kam bis jetzt noch nicht vor, dass ich zu spät angefangen hatte zu streamen. Aber es kann immer mal passieren. So. Gut. Haben wir das auch erklärt. Dann wollte ich euch eigentlich noch sagen. Warum es mir die letzte Zeit nicht so gut ging. Aber ich denke mal. Das ist eigentlich unnötig. Das hier in dieses Video zu packen. Ich werde das morgen wahrscheinlich im Stream einfach ein bisschen nebenbei erzählen. Beim RPG-Makern. Und. Ja. Und auch alles bezüglich zum Community-Projekt. Werde ich morgen dann am 12. Um 15 Uhr ein bisschen was erzählen. Was es dazu Wissen gibt. Was ich von euch vielleicht bräuchte. Eventuell. Also was ihr vielleicht beitragen könnt. Und. So weiter und so fort. Gut. Das klären wir dann alles morgen. Und dann muss ich dieses Video hier nicht künstlich aufblähen. Ähm. Ihr müsst ja nicht eine halbe Stunde zugucken. Das wäre ja der Wahnsinn für dieses Thema. Gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Und das ist das Gewinnspiel. Ich habe tatsächlich vor ein etwas coolen Preis rauszukloppen. Ich will einem von euch den RPG-Maker MZ schenken. Ähm. Ähm. Das ist ein sehr teurer Preis. Und ich weiß nicht mal wie teuer das Ganze wird. Ähm. Ich rechne mal mit mindestens 75 Euro. Vielleicht sogar mehr. Ähm. Ähm. Aber egal was das Ding kostet. Einem von euch schenke ich den RPG-Maker MZ. Aber ihr müsst dafür auch was tun. Sonst wäre es ja langweilig. Ähm. Ihr müsst etwas dafür tun. Und zwar müsst ihr einen Bosskampf machen. Auf die Idee bin ich gekommen. Ähm. Als ich Son-Orden Part 3 gespielt hatte. Da war so ein Axtkrieger. Axt-Boss. Keine Ahnung. Ähm. Wenn ihr das Let's Play gesehen habt, wisst ihr was ich meine. Und das war eigentlich ziemlich cool. Ein bisschen übertrieben schwer. Aber es war ganz cool. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich bin auf die Idee gekommen. Dass ihr einen Bosskampf für mich machen sollt. Im RPG-Maker eurer Wahl. Ich habe hier ein kleines Beispielprojekt. Das hier ist mein kleines Beispielprojekt. Da ist gar nichts drauf auf der Map. Außer ein Event. Und das Event gibt dem Helden 5 Tränke. 5 magische Wasser. Ähm. Startet den Kampf. Und ähm. Zeigt anschließend ein Bild. Und macht anschließend einen Selbstschalter an. Und kommt zu einer leeren Page. Wo nichts passiert. So. Also auf gut Deutsch. Da ist eigentlich nur der Kampf drin. Ich mache mal kurz den Ton aus. Ups. Das war falsch. Ähm. Doch. War richtig. Mensch. Was mache ich denn? So. Spieltest. Zeige euch kurz mal. Was ich gemacht habe. Direkt startet der Kampf. Und dann. Fisch im Rock ist aufgetaucht. Yay. Okay. Nichts aufwendiges sein. Was ihr hier machen müsst. Ihr müsst auch keine eigene Grafik erstellen. Ähm. Ihr könnt auch vorgefertigte Boss Grafiken nehmen. Aus dem RPG Maker eurer Wahl. Wie gesagt. Und das war's schon. Und dann will ich am Ende noch ein Credits Bildschirm haben. Nach dem Boss. Oder von mir aus auch vor dem Boss. Spielt keine Rolle für mich. Ähm. Wo ich sehen kann. Wer das Spiel gemacht hat. Okay. Mit welcher Engine. Woher die Grafiken sind. Woher die Musik ist. Und woher die Soundeffekte sind. Wenn dieses Bild nicht existiert. Ist das Spiel disqualifiziert. Also der Bosskampf. Also das hier brauche ich auf jeden Fall. Weil ich muss auf jeden Fall auch wissen. Woher das Ganze stammt. Bitte keine kommerzielle Musik. Etc. Ähm. PP. Gut. Kommen wir zu den Einzelheiten. Wie gesagt. Ich möchte keinen Boss. Den ich einfach mit hirnlos Enter drücken. Besiegen kann. Ich möchte ein bisschen Strategie. Wenn ich. Auf einen Boss stoße. Den ich einfach nur mit Enter drücken. Besiegen kann. Dann ist dieses Spiel disqualifiziert. Automatisch. Ohne Wenn und Aber. Ihr müsst euch schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Als das. Das würde zur Disqualifizierung führen. Dann. Ähm. Was würde noch zur Disqualifizierung führen. Wie gesagt. Wenn der Credits Bildschirm fehlt. Ich habe das jetzt einfach als Picture gemacht. Ähm. Bild anzeigen. So. Hier. Zack. Einfach als Bild. Aber ihr könnt das auch anders lösen. Zum Beispiel. Ähm. Ganz einfach als Lauftext anzeigen. Oder einfach nur als Text anzeigen. Würde mir auch vollkommen reichen. Ähm. Ähm. Hauptsache für mich persönlich ist wichtig. Ähm. Ähm. Ich sehen kann wer das Spiel gemacht hat. Ähm. Ähm. Einfach auch erkennen kann. Ähm. 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 Macht es möglichst schwer. Aber auch nicht ultra schwer. Also. Bitte habt ein bisschen erbarmen mit mir. Ähm. Ein bisschen erbarmen. Ihr könnt ganz einfach, ähm. Items dann einfach über die Befehl hier Gegenstände ändern. Könnt ihr einfach, ähm. Dem Spieler direkt am Anfang des Spiels ein paar Items geben. Ich habe jetzt noch den Titlescreen übersprungen mit meinem Skip Titlescreen Plugin. Das ist, ähm. Aus dem Tutorial hier. Ähm. Das eigenes Title Menü Part 1. Aus dem ist das. Da erkläre ich das ganze Plugin. Und da habe ich, ähm. Den Titlescreen übersprungen, weil das braucht eigentlich kein Mensch. Und halt auch direkt den Kampf gestartet. Also ohne Dialog, ohne alles. Wir brauchen wirklich nur einen Bosskampf. Mehr will ich gar nicht. Und das sollte nicht das Problem sein. Das habt ihr in einem Tag zusammengefremelt. Der Gewinner wird dann per Zufallsgenerator entschieden. Ich werde, ähm. Quasi alle, die nicht disqualifiziert wurden, dann in den Zufallsgenerator reinschmeißen. Alle Namen. Und anschließend wird einer davon ausgewählt. Und diese Person gewinnt den RPG Maker im Set. Das Gewinnspiel endet... Am 1. Am 1. Am 1. Also ihr habt jetzt noch wirklich viel Zeit. Am 1. August endet das Gewinnspiel. Um 12 Uhr. Das heißt, wenn ich das Video hier hochlade. Und ihr das hier seht. Seht ihr das sicherlich allerfrühstens um 12 Uhr. Wahrscheinlich sogar später. Habt ihr, auf gut Deutsch, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Zeit. Um einen Bosskampf zu machen. Ziemlich exakt. Und das sollte reichen. Dann würde ich am, ähm, am, 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 am. Ersten Abend um 21 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Ich hoffe mal nicht. Ähm. Würde ich dann ein paar Spiele zeigen. Also ein paar Bosskämpfe im Stream. So viele wie ich schaffe. Ich würde dann vielleicht bis 0 Uhr oder aller spätestens bis früh um 1 Uhr oder so streamen. Und halt so viele Bosse wie möglich machen von euch. Und dann am Sonntag, am 2. Um 15 Uhr nochmal die restlichen Bosse machen. Falls tatsächlich noch welche übrig sind. Ich hoffe nicht. Und, ähm, dann die Gewinnvergabe auf jeden Fall machen. Also Sonntag ist auf jeden Fall Gewinnvergabe. Da ist dann aber Open End. Und, ähm, also, ähm, ich würde 15 Uhr anfangen zu, ähm, zu streamen. Und dann würde ich so lange streamen, bis ich alle Bosse besiegt habe am Sonntag. Und ich würde dann die Gewinnvergabe machen. Also ich kann jetzt keine genaue Zeit für die Gewinnvergabe geben. Aber 15 Uhr würde ich da anfangen zu streamen. Circa. Wie gesagt, bringt mich nicht um, wenn es mal ein bisschen später wird. Also 1. und 2. August rot anstreichen im Kalender. Und einfach mal ein Spiel einreichen. Wie ihr das Spiel einreicht bei mir, ist auch noch entscheidend. Ihr müsst einfach das Spiel irgendwo uploaden. Aber so, dass das Spiel nicht öffentlich ist. Also ich möchte wirklich das Spiel quasi, ähm, quasi, beziehungsweise den Bosskampf quasi wirklich als Erster auf meinem Kanal zeigen. Und der sollte nicht irgendwo öffentlich sein. Das ist auf jeden Fall auch noch eine wichtige Regel. Ähm, ladet es einfach irgendwo hoch bei Dropbox oder, ähm, bei, was weiß der Geier, irgendwo, Mega, ähm, Mega.nset oder so. Ladet es hoch und schickt mir den Link privat zu. Also auf Twitter oder Instagram oder auf Facebook oder, ähm, im Forum bin ich auch aktiv oder, 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 oder. Die Links dazu sind dann in der Videobeschreibung hier, wo ihr mich erreichen könnt. Und da schickt ihr mir einfach den Download-Link. Und das war's dann soweit. Packt bitte am besten noch in den Spielordner hier einfach, ähm, eine Textdatei. Und schreibt da euren Namen rein, ähm, dann wird mir das ein bisschen leichter fallen, euch zu identifizieren, ähm, beziehungsweise das Spiel zu identifizieren. Wäre dann für mich alles nochmal ein bisschen leichter. Gut, ähm, dann bräuchte ich das Spiel nicht jedes Mal starten und hier den Credits-Bildschirm angucken, ähm, um zu sehen, von wem das Spiel jetzt war. Äh, 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 hab ich alles? Uff, uff da, uff da, uff da. Ach ja, Preisvergabe wäre, ähm, quasi dann, wenn der ABG Mega MZ rauskommt. Ich würde den Gewinner am 2. August festlegen, aber ich weiß nicht, wann der MZ rauskommt, geschweige denn, was er kosten wird. Aber das spielt ja auch für euch keine Rolle. Aber wann er rauskommt, weiß ich nicht. Er könnte dementsprechend, ähm, keine Ahnung, bereits vorher rausgekommen sein, keine Ahnung. Zum Beispiel, ähm, 24. Dann würde ich ihn trotzdem natürlich erst am Sonntag den zweiten, ähm, weggeben, den Key. Beziehungsweise, ich würde es auf Steam verschenken. Das geht nur an meine Freunde. Also schickt mir bitte auf Steam auch eine Freundesanfrage bis dahin. Oder macht es danach. Ist auch egal. Ähm, wir können den Preis ja auch später weitergeben. Daran soll es nicht scheitern. Also schickt mir dann auf jeden Fall, wenn ihr der Gewinner seid, schickt mir auf Steam eine Freundschaftsanfrage. Oder macht es halt schon vorher. Gut. Wenn der ABG Maker MZ aber erst später kommt, beispielsweise, ähm, Ende August, keine Ahnung, am 28. Oder vielleicht sogar erst im September, ähm, 11. oder so. Keine Ahnung. Es sind jetzt irgendwelche x-beliebigen Tage. Ähm, dann bekommt ihr den ABG Maker natürlich erst zum Release Tag. Aber dann bekommt ihr ihn zum Release Tag. Direkt. Egal welcher Preis. Egal was. Ihr bekommt ihn von mir geschenkt. Okay. Also, was heißt geschenkt? Also, ihr, ähm, müsst ihn gewinnen. Und dann bekommt ihr ihn. Also, ihr wisst, was ich meine. Dann bekommt ihr ihn zum Release Tag. Oh, man kann sogar mit Maustrad scrollen. Sehr gut. Wusste ich nicht. Aber man lernt nie aus. So. Ähm, dann bekommt ihr den zum Release Tag. Und ansonsten bekommt ihr den später. Also, wenn er nächste Woche rauskommt, am 17. oder am 24. die Woche darauf. Oder von mir aus auch am 31. Dann bekommt ihr es wirklich erst am 2. Am 2. aller frühestens. Gut. Das sollte eigentlich soweit klar sein. Wenn noch Fragen sind. Dann wendet euch bitte an mich. Entweder privat oder in die Kommentare hier unten. Und ich hoffe, ihr sendet mir ein paar schicke Bosskämpfe. Es geht nicht um Kreativität oder irgendwas. Ihr müsst nichts können. Ihr müsst wirklich gar nichts können. Wichtig ist eigentlich nur, dass ihr einen coolen Bosskampf macht. Ihr könnt auch die Helden das Anfangslevel erhöhen. Also, die müssen nicht mit Level 1 den Bosskampf bestreiten. Das sollte auch eigentlich ziemlich klar sein. Also, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch sagen, die sollen Startlevel 50 haben. Und dann machen wir mit Startlevel 50. Und was ihr da für Helden macht, ist mir eigentlich relativ egal. Ihr könnt die auch von mir aus mit dem Charakter, hier mit dem Figurenerzeuger erstellen. Das ist mir auch egal. Ihr könnt aber auch komplett eigene Helden machen. Oder ihr nehmt einfach die Standardhelden. Das ist mir auch egal. Es geht dabei nicht um die Helden. Die sollten natürlich auch ein paar Skills drauf haben. Weil, wie gesagt, nur Enter drücken will ich ja nicht. Ich will ja ein paar Skills benutzen, ein paar Items benutzen, etc. Worum es mir wirklich geht, ist natürlich dann der Bosskampf. Der ist der entscheidende. Und da lasst euch was einfallen. Irgendwas Cooles auf jeden Fall. Und, wie gesagt, gebt den Helden auch ein paar Skills. Irgendwas Cooles. Was ich dann aber auch im Kampf brauchen werde. Gut. Vergesst nicht, ihr steht mit eurem Namen dafür. Also, zeigt da nicht irgendwelchen Mist. Aber, egal was ihr zeigt. Solange ich nicht mit Enter drücken, den Boss bekämpfen kann. Also, einfach nur stumpf Enter drücken. Seid ihr nicht disqualifiziert. Also, ihr müsst da wirklich nichts Kreatives einreichen. Es spielt keine Rolle. Ihr müsst euch auch nicht schämen, wenn ihr es nicht besser hinbekommt. Und man jetzt vielleicht wirklich jetzt nicht das perfekte Ergebnis hat. Aber, die Gewinnchance ist halt für jeden gleich. Außer für die, wo ich es wirklich nur mit Enter drücke. Weil, das ist einfach, finde ich, kein Aufwand. Und, das kann jeder so einen Boss machen. Also, was heißt, das kann jeder. Das ist im Grunde total easy. Das ist halt wirklich dann einfach nur hier, wir nehmen, upsala. Wir nehmen hier einfach schon einen Gegner, der existiert. Und, dann einfach Enter drücken. Und, weg ist er. Und, ändert vielleicht noch die Grafik oder so. Aber, ihr sollt euch wirklich ein bisschen was einfallen lassen. Und, ein bisschen kreativ werden vielleicht auch. Zeigt, was ihr könnt. Beeindruckt mich. Und, dann mögen die Spiele beginnen. Gut. Danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Und, ich hoffe, ihr macht mit. Wie gesagt, sendet mir das Ganze dann privat. Auf Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer. Oder, halt im Forum. Da bin ich auch aktiv. Und, sendet mir einfach einen Link privat, den ich runterladen kann. Und, dann sehen wir uns, oder hören uns, am 1. August wieder. Wenn ich die Spiele dann spiele. Bis 1. August um 12 Uhr ist ein Sende schlossen. Nicht vergessen. 1. August, 12 Uhr. Gut. Tschüssi. Das war's dann soweit von mir. Und, kommt heute bitte um 20 Uhr zu Malkuls. Und, morgen um 15 Uhr zu mir. Nicht vergessen. Bis 1. August. Bis 2. August. 1. August.